Herzlich Willkommen bei Who is Tommy? Ja, was geht ab? Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, was er heute macht. Lass mal ein Abo oder vielleicht auch ein Daumen da, dann wird die Community im Endeffekt auch viel größer. Abo-Button. Live. Jo Leute, was geht ab? Und erstmal ein wunderschönes... Was auch immer das zu bedeuten hat, aber ihr wisst, andere Länder, andere Sitten, denn ich war mal wieder mit den Österreichern unterwegs in Fortnite, lang, lang ist es her, mit dem Steve, mit dem Bernie und dem mir bis dahin noch unbekannten RagequidTV. Ihr könnt alle drei auf Twitch finden und Links sind natürlich in der Infobox drinne. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben ein bisschen gezockt und das Video, wie es schon heißt, Bernie regelt. Er hat es zumindestens versucht. Ich wünsche euch viel Spaß damit, macht es gut, adieu, au revoir. Wie immer, Daumen nach oben nicht vergessen, Abo da lassen und so weiter und so weiter und so weiter. Support, support, support. Wichtig. Macht es gut. Tüüüü. Äh, ja. Äh, ja, okay, tschüss. Ja, boin. Läuft. Wir haben sie weggefächert. Ich bin dann selbst da, aber das ist der grüne Deck. Kommt da wirklich mehr? Ich sehe keine. Miete für uns ganz allein. Super. Absicht. Bei mir nicht. Hm, hm. Hat dich geschissen. Aus da. Widerlich. Oh nein. Was sperren du überhaupt? Hui. Oh, ich bin ganz hinten. Entschuldigung. Oh man. Ja. Das ist Holz. Das ist den Gegner. Ist das nur einer oder was? Ja. Ne, oh. Keine anderen kommen. Ja, die anderen sind hier. Ein richtiger Headshot. Einer ist genug. Nice. Oh, hi. Shoot break. Da ist kein Headshot. Das müsste der Oneshot sein. Nice. Beim Dombie ist einer. Ja. Tod. Nice. Haben die irgendwann beim Krab? Na, der weiße Deck. der hinter sind sie ja ja ich lasse uns rufen oh mein gott ja das ist der bauer bei mir hängen spiel 1 32 32 32 mann alter er ist komplett lost ja, vorher mal trinke ich da sehr schön zwei haben nichts mehr äh, ne, zwei weiß ich nicht Erna hat das könnt ihr mal eine Karte holen Blightech Rage Alle mit Blightech Ich hab's nachgeklammert Oben, oben, oben Ah, die Sorge Boah, der packt sich durch Boah Ja, also Erdrückten die Hades 39er Hades Schön, mit der blauen Deck Danke, Herr Spiel Ja Sagt man nicht Ich fürchte mal Nein, tue ich nicht Boah Scheiße LOL Aber Bernie regelt Bernie holt mich jetzt wieder und dann machen wir einen Win Ne, machen wir nichts Die schwitzen zu viel Go Bernie Boah Hab ich irgendwann mal aufgefallen, dass diese Pilze sich anhören wie Frösche? Ja Was für ne perverse Zurchdung ist das denn? Ja Genau, wo ich jetzt auf die Legacy-Einstellung umgekehrt bin Ja Willst du den Tarkenspiel wieder nicht mehr? Das zählt doch kein Der Richtigste bin ich drinnen, oder? Dreh dich mal nach links Äh Ja Lebkuchen Voll Voll Einfach chillen und warten bis du einen Headshot bekommst Hehehe Hehehe Das allein Allein, allein Der ist in dem Strom, oder wie? Der ist in dem Strom, oder wie? Rechts, rechts, rechts Hinter dir! Oh yeah Das waren die, das sind die zwei Noobs, die uns gequillt haben, oder? Äh Er zählt mit dir Der ist in dem Strom Das ist in dem Strom, oder? Der ist noch ein paar, oder? Der ist ein paar Easy tschüss oh gott schade dass du den minis gehst sehr schön so muss das ich versuche die abzubauen das bringt nichts hin das bringt nichts hin hä? schießen die sich gegenseitig? ne ne sie meine ich bin im Bus ich meine nicht du sitzt im Busch ach ahhhh schade aber der hat mir richtig Angst halt ha ha